Jo Leute, weiter geht's mit Spider-Man und dem Raubüberfall mit der süßen Black Hat. Los geht's! Wir haben wieder meinen Lieblings-Skin. Den werde ich nie wieder wechseln. Ich will immer ein Feuerkopf sein. Wo bist du? Da. Da war's! Nein! Nein! Was ist denn mit dieser Steuerung? Weiter! Alter! Jetzt geht das wieder los. Wo sind die Mieze-Katzen? Hier vibriert's. Da! Ihhh! Wer ist das? Da ist Felicia! Okay. Let's go! Habt dich! Ach, halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Au! Es schlägt mich einfach. Nein! Ach, dieses Maschinengewehr wieder. Nein, ich komme nicht mehr raus. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Du hast dich mit den Feindschen angelegt! Nein, ich komme nicht mehr raus. Baaah! Wo stehen dort unsere Leute hin? Ich mach dich fertig! Geht doch mal. allem jahr ist im weg kreise weiter und da wollte ich gar nicht kreis klapper heute dicke schon wieder aber doch nicht genügend jetzt aber das hat spaß gemacht fiel ich ja wo bist du da oben guck guck hallo woher ehrlich gesagt ich bin nicht sicher warum stehst du ihn dann wenn ich es nicht mache töten sie meinen Sohn was die Katze sie hat noch ein speicher stick geklaut jede familie hat also ein stick was wohl drauf ist hast du noch was rausgefunden naja nicht viel klingt als würde sie hammerhead im machtkampf gegen die anderen familien helfen das könnte für uns alle böse enden die stadt braucht definitiv keinen wagen taxi all right bis dahin bis dahin bis dahin 1 von 2 gestohlenen Kunstwerken 5 Magierverbrechen zweimal noch gesperrt es gibt viel zu tun also so 1-2 Magierverbrechen hätte ich schon gern immer zwischen den Zeilen wenn sie meine Karriere verfolgt haben und das haben wir hier ist irgendwas ganz oben, ne? da oben da oben ich schicke jemanden zum abholen vorbei tja, sie nimmt sich offensichtlich Hardy zum Vorbild ihr Steam, ihre Technik und selbst ihr Rohrparken sieht aus wie eine modernere Version von seinem genauer gesagt verbessert sie es sie hat Hardys Arbeit auf eine ganz neue Stufe gehoben wenn man den Job lange genug macht, erkennt man einfach ein wahres Talent klickt ja ich hab gar nichts gesagt halte Richtung ja ich hätte auch schon gerne mal so eine kleine Schlägerei alle Schlägereien, die wir jetzt machen, müssen wir später nicht machen da 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 ist es boah, ich bin ja schon direkt dahinter ich komme jetzt voran was ist das denn jetzt aber hi 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 aua, aua, aua hab dich klappe jetzt was Auto ist einfach hingefallen obwohl ich drauf gedrückt habe wie ein Beklopter ein Magia Versprechen Verbrechen, Versprechen gelöst da hinten geht es weiter wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt naja klar bei Tante May der Spinnenfreak klappe aus die Maus so, das ging schnell hä, der hat nur die gesagt was war das denn die waren eben gar nicht hier drauf boah, ne dicke Aua geh doch weg du Dicker oh der ging mal vorbei ciao jawoll wie einfach eins ist wie immer Screwball lässt andere die Drecksarbeit erledigen was hatten sie überhaupt vor ich weiß es nicht spiderman war das nicht spannend der perfekte Start für meine brandneue Show mit dir tut mir leid keine Zeit du findest sicher welche dafür denn sonst werden meine Fans wütend und Leute sterben manche Leute tun einfach alles für Klicks verklopptes Vibe ich werde alles live streamen also versach nicht ach nö das ist ja auch so viel das ist viel zu viel Screwball Magierverbrechen es gibt Herausforderungsmarken Spidey weißt du was ein ESP Generator ist also für Dummies wenn du sie nicht aktivierst legen sie in der Stadt den Stromladen auch und wenn du sie in der falschen Reihenfolge deaktivierst beeil dich besser woher zeig ein binären Signalwiederholer den kann ich nutzen um den richtigen Weg zu sehen meine Netze sollten sie unschädlich machen ich schicke einige Fotoboxenziele raus also halt die Augen offen kriege ich ein Foto zur richtigen Zeit Bonus Bonus wie mache ich denn ein Foto? Das ist ein Scheiß. Ist das da? Und natürlich auch meinen Kanal abonnieren, nicht vergessen. Mach doch ein Foto. Juhu! Ich auch. Unglaublich, was man schafft, wenn man weiß, dass Leute zu schauen. Schau mal! Eine Fotobombe! Gebt dich lieber dorthin! Hä? Wo denn? Los, los! Bewegung, Spidey! Perfekt! Wie in der Schule. Ich bin immer nur mutmäßig. Was? Gerade so Bronze? Du weißt du, was mir wirklich helfen würde, wenn du nicht so schlecht wärst! Was? Das war gerade mal Bronze! Aber dann kriege ich vielleicht doch noch die Anzüge, alle die ich will. Guck mal, hier fehlt mir noch eine Basismarke und zwei Herausforderungen. Eine Herausforderung, dann hat man einen Iron Spyder und sieht das geil. Hier fehlt noch was. Na, mal gucken. Hey Peter, ich glaube, ich kenne Black Cat's nächstes Ziel. Echt? Wie? Laut Polizeileinstelle gab es einen Einbruch, der ihrer Vorgehensweise entspricht. Ich schicke dir den Standort. Hier unten ist ja alles voll. Und hier ist noch irgendwas gesperrt, habe ich jetzt auch noch einen Screwball-Kack-Dring. Eigentlich müsste ich ja erstmal ein bisschen Hauptstory spielen, dass ich weiterkomme. Und dann alles gleichzeitig machen kann. Was man so alles auf einmal machen kann. Hier klappert man dann halt nicht drei, viermal dasselbe Gebiet ab, sondern einmal und zack, 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 zack. So, was gibt's jetzt Schönes? Kampfherausforderung. Schau, ein paar meiner Fans suchen nach Trollen. Was wohl passiert, wenn sie einen finden? Das will ich nicht herausfinden. Die müssen wieder in den Knast. Da gehören sie hin. Besiege alle Gegner vor der Time-Up. Was? Vor allem haben die mich schon längst gesehen. Puh. Los Leute, er darf uns nicht besiegen. Ich hab so ein Freund fest. Schau mal, wie viele von ihnen kommen, um mich zu machen. Oha, das tut doch ein bisschen weh. Oha, das tut doch ein bisschen weh. Bing. Tschau. Ich hab euch einen Dicken ausgestalten. Wollte Bombe! Erzähl sie nix! Man wird ja alles abgelenkt hier im Kampf. Ich bin doch scheißegal. Und meine Fuse! Wo denn? Ich war doch hin! Ein Kampffschuss und das war's! Angegen! Ein Gegner weniger! Fünf neue Leib! Juhu! Oha, das Spiel ist geil! Mann! Was? Ich kann doch nicht mal was machen. Er hat mich einfach auseinandergenommen. Ich bin High-Level. Lächerlich. Lächerlich. Klätze, Mann! Also diese Missionen hier sind echt einfach nur ekelhaft. Zum Teufel. Spider-Man! Erwischt! Oh, mir gefällt, wie du denkst, Spidey. Wir brauchen mal eine gute Kasszene. Huch! Das ist das Deckdorf, wundervolle, wundervolle, gefeilt! Meine Gnade! Hey, Jungs! Halte die Augen nach Photobox auf! Das ist die Augen nach verloren. Er hat sich nicht wirklich gut gelegt. Wundervolle, keine Ahnung. Wer hat sich auch nur das Problem tun? Der hat sich auch nur vor dem Gehen, bei der anderen sie ist. Huch! Das ist egal. Geh, ich bin nicht ruhig, Was? Was war das denn? Meine auch gerade. Bis eben hat mir noch kämpfen Spaß gemacht. Jetzt nervt es mich. Hey, hat Leipzig für dich gegen Paris? Ich bin schon dabei. Geil. Geil. Der erste war aber geiler. Der erste war aber geiler. Wenn irgendwelche meiner Fans glaubt... Bäm. Ich lasse mich in Ruhe. Ich lasse mich in Ruhe. Wo ist vor der Bombe? Hier. Kommt hier zu mir. Hey, hey. Wenn ihr gerade erst das tut, ergänzt mich meinen Kanal zu abonnieren. Aus. Das bemüht es, buddy. Meine Fans sind es nicht. Hat wehgetan. Hat wehgetan. Oh, so, Bumper. Ciao. Ciao. Mann! Das gibt's doch nicht! Sobald ich über ihm bin, kriegt er mich! Niemand steckt mich zurück in die Strecke! Oh, wir gewinnen die Gäste, Spidey! Wir brauchen eine gute Kampfszene! Dank dieses Tech-Down wurden wir weit rauf! Wunderbar geteilt! Oh, ich hab so tolles Apps! Wir brauchen eine gute Kampf zu machen! Bäm! 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 Immer mit Ruhe! 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 Schmidt kommt hoch! Er erste Kochen! Peter Ente! Ich zeig dir, was dascentric macht! Hör jetzt nicht aus! Bред im Blöden liegen auf einem Rekord-Hoch! Mann! Au! Ach, endlich! Silversucker! Du hast weniger Views bekommen als eine Eisbucket-Oma! Du hast mehr drauf! Nice! Eine Eisbucket-Oma! Nein, das war vorbei! Das wäre jetzt ein bisschen Hauptmenü. Meine Hoffnung ist, dass ich dann das letzte auch noch gleich kriege. Dass ich dann überall alles abklappern kann. Ich frage mich, ob dann jedes Deal sie sowas hat, dass man einsammeln muss, alles noch. Dann würde jedes Deal sie drei bis fünf Folgen wahrscheinlich dauern. Vielleicht auch mal zehn. Ich weiß es noch nicht. Ich, ich... Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber geil, dass es... ...zu lange geht. Lokale Einheit. Oh, Felicia. Was hast du diesmal getan? Die Cops haben die ganze Straße abgeriegelt. Wenn ich die Fährte der Katze aufspüren kann, erwische ich sie vielleicht noch. Der Wachmann scheint verletzt worden zu sein. Vielleicht weiß der Sanitäter, was passiert ist. Was ist passiert? Spiderman. Äh, jemand soll ein seltenes Buch gestohlen haben. Wie geht es dem Wachmann? Eine schwere Foto Keratitis. Das ist eine Verbrennung der Hornhaut. Aber er wird wieder. Ich muss in der Gasse nachsehen. Wenn Felicia das war, muss ich sie finden. Ein antikes Buch. Anscheinend Band zwei einer Reihe. Wo ist Band eins? In der Nähe gibt es ein luxuriöses Pfandhaus der Mauchio Familie. Felicia hat bereits zwei Speichersticks gestohlen. Hat sie hier einen dritten mitgenommen? Hier müssen noch mehr Hinweise sein. Da. Wieder weg! Magnesium Fackel. Die hat wahrscheinlich die Augen des Wachmanns verletzt. Mit Hilfe der Rückstände sollte ich sie auch spüren können. Okay. Juhu. Juhu. Easy. Juhu. Erledigt. Das ist die Spur. Mal sehen, wo sie hinführt. Ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich kann kein Vater sein. Also im Prinzip schon, aber... Ich sag's MJ, sie wird wissen was zu tun ist. Aber wie sieht nach einem Mitglied der Mauchio Familie aus? Oh, Junge, lass ich fallen. Was? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Kommt da hinten noch mehr? Tschau. Verstanden. Ich lass dich wissen, was ich finde. Hast du's? Ja. Was zum Teufel. Wo ist der Stick verdammt? Sie sagte, sie will den Hammerhead persönlich übergeben. Sagte ich nicht, du sollst den Stick besorgen. Ja, aber sie brachte ihm die anderen, also dachte ich... Ich hab dir was aufgetragen. Und du hast es nicht gemacht! Tja, du weißt, was jetzt passiert. Halt! 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 Hey, jetzt tu nichts überrascht. Du sagtest, du weißt, was jetzt passiert. Und zwar, dass du öfter... Mütze jetzt kriegst, Junge! Lass mich doch mal in Ru... Hör auf damit! Halt! Was? Ich kann doch nicht mal schlagen, ohne dass ich getroffen werde. Töko Czart schon wieder gewonnen. Und Dysburg verliert gegen Saarbrücken. Was ist das denn? Ähm, so, ich muss doch erstmal gucken! Saarbrücken jetzt Erster. Wait, Mannschaft! Ooh, die ist bitte frust aquché. Vielle mich weg. Ja. Ich hab dich! Kriegst du ja gar nicht. Jetzt hab ich das zulass. Es brutzelt! Abgeschlossen. Und es gibt da noch etwas. Da ist eine Sache. Wahrscheinlich keine große Sache, aber vielleicht ja doch eine kleine, vielleicht große Sache. Okay. Felicia arbeitet für Hammerhead, weil er ihren Sohn entführt hat. Wusste gar nicht, dass sie einen hat. Klingt aber definitiv nach etwas, das Hammerhead tun würde. Aber ich bin nicht so gut. Da gibt es noch etwas. Du weißt, dass wir früher mal zusammen waren. Na und? Oh. Oho, ist das dein Ernst? Die Hände sind nicht sicher, aber das muss schon sein. Ich muss jetzt auflegen. Also gut, sie ruft zurück, wenn sie sich beruhigt hat, oder? Niemals. Ich muss ein wenig auf Patrouillier gehen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Erkunde die Stadt. Das ist voll bescheuert, dass da noch das eine gesperrt ist. Und jetzt kann ich gerade nichts machen. Ich muss schauen, bis es freischalten. Da. Hi, Peter. Mike hier. Ich habe mich gefragt. Warte. Hast du es gerade nicht? Nein, alles okay. Was gibt's? Oh, nichts. Also. Warte. Hast du gerade Spinnensachen? Ein bisschen, ja. Echt? Was denn? Also was genau? Du meinst, was ich im Augenblick mache? Jetzt gerade? Ja. Es sei denn, du findest das irgendwie gruselig oder seltsam oder so. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Ich kling bestimmt wie ein Stalker oder so. Miles, alles gut. Worüber wolltest du denn reden? Nichts. Nichts. Tut mir leid. Das kann warten. Ich freue mich schon auf Miles Morales Aufstieg. Bald geht's los. Auf der PS5 geht es bald los. Da ist es. Lieber vorsichtig sein. Was? Bei dir einfach nicht an mögliche Konsequenzen denken. Was? Das Ding ist riesig. Puh. Nein. Ich habe eins falsch gebaut. Ich muss die Nebenbomben ausschalten, bevor sie mich ausschalten. Buh. Schon wieder. Da ist einer. Mir egal. Da. Nein. 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 Ja. Was soll ich da machen? Alter. Wollte mich verarschen bei der Mission gerade hier in diesem Deal. Sie wollte mich gerade verarschen. Paris schon wieder rot. Kimbembe gelb-rot. Goyer gelb-rot. Hey, MJ. Das Wichtigste zuerst. Begib dich zu dieser Adresse. Das ist der letzte bekannte Unterschlupf der Costa-Familie. Wahrscheinlich haben sie den letzten Speicher-Stick. MJ. Hörst du? Nein, du hörst jetzt mal zu. Ich habe in unserem letzten Gespräch etwas überreagiert. Ach was? Überhaupt nicht. So hätte ich doch auch reagiert. Nein, nein, nein. Wir waren zu der Zeit nicht zusammen. Und ich habe ja auch andere gedatet. Stimmt. Halt. Andere? Also, in der Mehrzahl? Der Punkt ist, wir sind erwachsen. Und ein Kind befindet sich in Gefahr. Also kümmern wir uns um seine Rettung. Ich verdiene dich nicht. Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, was auf dem Sticks ist. Vor Jahren eiligten die Familien sich auf eine gemeinsame Buchhaltungsdatenbank, um den Frieden zu wahren. Sie lagern alle ihr Vermögen an einem Ort. Zu dem sie nur mit allen fünf Sticks Zugang haben. Also entführt Hammerhead Blackhead's Sohn. Und zwängt sie dazu, die Sticks zu stehlen, damit er an das Vermögen der anderen Familien kommt. Hammerhead versucht schnell reich zu werden und die anderen Familien damit in den Routen zu greifen. Wir müssen den letzten Stick finden, bevor er es tut. Ich bin dran. Voll die geile Kirche! Aber ich will mich da nicht festsetzen. Ich will weiter. Nebenauftrag. Solange es da irgendwelche Wände hochkrabbeln und abgeschossen werden. Da ist was. Halt! Ach, halt die Klappe. Na, wie easy! Mafia und Geldfälschungen. Das eine kann nicht ohne das andere. Wie easy! Verbrechermarke. Hier oben ist es. Die ist gelenkig. Oh, ich vermisse unsere Gespräche. Aber ich muss weg. Alles kaputt. Also renne ich hinterher. Du bist nur eine Frau. Oh! Wenn Hammerhead einen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Warum nicht? Ich habe alles andere alleine geschafft. Ich meine, das musst du nicht. Dann rutsch die Kuh. Oh! Warum vertraust du mir nicht? Wir haben es nicht. Ich kann ja nicht durch. Was? Ich konnte nicht unten durch. Warum kann der sich nicht bücken, Mann? Kann ich die jetzt fangen? Warum hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Weil es nicht dein Problem ist, sondern meins. Und ich kümmere mich drum. Vielleicht sehe ich es ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Halt dich fern. Alleine bin ich besser dran. Aua! Aua! Hab dich! Doch nicht! Aua! Boah! Einfach weggeschubst. Ciao! Hallo! Hä? Wieso ich da hinterher kommen? Der ist viel schneller wie ich! Wie soll ich denn dem Zug jetzt hinterher kommen? Das ist viel, 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 viel schneller als ich. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert das nicht. Felicia! Wegen deines Sohns! Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Ich hänge dir irgendwo fest, Mann! Drücke L2R2, dann hängst du irgendwo fest. Das kann's doch nicht sein. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert das nicht. Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Ich nicht! Mein Finger tut schon weh! Ja, was soll ich machen? Alter, das geht nicht! Ich drück L2R2, ich drück und drück und drück und drück! Ihr hört's doch, ich komm nicht hinterher! Muss ich vielleicht auf den Speedern zugehen? Hier, ich hänge jetzt schon fest! Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner und ich kümmere mich um ihn. Neckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden. Ich häng schon wieder irgendwo fest. Jetzt ist er entkommen. Hier, das kannst du nicht sein, dass ich ständig festhänge. Die Schießer gehen endlich wieder. Hä? 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 Ich habe eh schon den Staat verkackt, weil ich noch irgendwo was zu ausprobiert hatte. Okay, ein Versuch war ich doch, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann beende ich die Folge. Ich weiß nicht. Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert das nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Drücke L plus R2 für eine Netztunnel. Oder muss ich die gedrückt halten? Die Schießer gehen endlich wieder. Zeit zum Netzangriff. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das nicht. Das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert das nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Ah, wie derjenige kleine Spiele. Ich will doch nur reden. Bist du immer noch da? Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn es sein muss. Jetzt wächst du mein Interesse. Ach, komm. Ach, komm. Hör auf. Das war's für die Folge. Ich hab keine Lust mehr.